Mit Wolfgang Mastne unterhielten wir uns über interessante Besichtigungsmöglichkeiten in der Franzensburg in Lachsenburg. Wieder aufgenommen wurden die Nachtführungen am Hohenturm. Der Sommer im Schlossberg ist natürlich eine traumhaft schöne Zeit, überhaupt nach dem heurigen Frühjahr, wo wir einiges an Wetterkapriolen erdulden mussten. Aber jetzt lacht die Sonne vom Himmel. Unsere jahrhundertealten Bäume laden ein, im Schatten den Schlossberg zu genießen, etwas den Alltag zu entschleunigen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders über den Gartensommer Niederösterreich, wo wir bereits zum dritten Mal dabei sind, wo es eine Fülle von Veranstaltungen gibt. Wir freuen uns, dass wir heuer schon das Naturgartenfest bei uns im Schlossberg zu Gast gehabt haben. Mit über 16.000 Parkbesuchen ein riesengroßer Erfolg und auch hier von unserer Seite noch ein herzliches Dankeschön an die Aktion Natur im Garten. Aber das ist es natürlich lange noch nicht gewesen. Wir freuen uns wieder auf unsere traditionellen Mondscheinführungen in der Franzensburg am 20. Juli und am 24. August. Man hat einen nächtlichen, traumhaften Blick über das Wiener Becken von unserem Hohenturm der Franzensburg. Schon in der Kaiserzeit waren diese Führungen äußerst beliebt und wir setzen diese Tradition natürlich sehr gerne fort. Weiters wird es die sogenannte Gartensommer Vollmondnacht geben im Rahmen des Gartensommer Niederösterreich 2013. Das ist wirklich ein Highlight für die gesamte Familie. Hier gilt es, die Natur des Schlossbergs bei Nacht zu entdecken. Ein Event für die ganze Familie. Ein Teil wird Waldpädagogik sein, ein Teil wird Astronomie sein. Das heißt das Entdecken des nächtlichen Sternenhimmels über dem Schlossberg. Ja, diese beiden Veranstaltungen werden stattfinden am 22. Juli und am 21. August 2013. Wir freuen uns hier auf die gute Zusammenarbeit mit dem Verein Die Spur, die sicher wieder für eine unvergessliche Nachtführung im Schlossberg Laksenburg sorgen werden. Ein Blick, von dem ich mich selber nicht satt sehen kann, auch nach den vielen Jahren Tätigkeit hier in unserem Betrieb. Die Turm- und Dachführung startet jeden Tag um 13 und um 16 Uhr. Es ist wirklich ein herrlicher Panoramablick vom Schneeberg über den gesamten Wiener Wald bis hinein in die Wiener Innenstadt. Und wenn Sie schon unseren hohen Turm erkunden, wird Ihnen sicherlich auch die Bühne im Innenhof der Franzensburg ins Auge stechen. Wir freuen uns natürlich auch heuer wieder auf den Theatersommer Niederösterreich, auf den Kultursommer Laksenburg mit dem Stück Eine Nacht in Venedig. Unter der Intendanz von Adi Hirschel ist auch hier wieder herrliches Sommertheater entstanden. Und bis zum 18. August, jeweils an den Wochenenden, kann man sich um 16.30 Uhr auf herrliches, entspannendes und natürlich amoröses Sommertheater freuen.